Wir fangen mal zunächst an mit der Geschichte der Sonderbände in Japan. Es gibt ja die reguläre Detective Conan Manga Serie, die ihr vielleicht auch kennt, mit den 99, fast 100 Manga Bänden. Und abseits davon gibt es natürlich zahlreiche Spin-Offs, Zero's Tea Time beispielsweise, die Short Stories, die Anime Film Comics gibt es, vieles weitere. Und ganz populär, auch bei uns jetzt in Deutschland, die Sonderbände. Ja, die kommen natürlich nicht von ungefähr, sondern aus Japan. Dort wurden sie erfunden, sage ich mal. Es gibt natürlich auch zu vielen anderen Manga-Serien Sonderbände. Bei Detective Conan ist es so, dass in Sonderbänden, ihr werdet sie vielleicht schon kennen, verschiedene Fälle aus der Original-Manga-Reihe zusammengefasst werden. Meistens thematisch zu einem Charakter oder zu einem Thema. Beispielsweise Kaido Kid oder eine Winter-Edition. Gibt es beispielsweise auch Winter-Edition, wie man auch schön auf Englisch sagen kann. Ja, und begonnen hat alles 2004 in Japan mit dem ersten Sonderband, der dort erschien, zu Kaido Kid thematisch. Der erschien damals passend zum Release oder zum Kinostart von Film 8 übrigens. Der ja auch um Kaido Kid handelt. Also da entsprechend ein Themenbezug vorhanden. Dann kam lange Zeit in Japan tatsächlich kein Sonderband weiter raus. Also der Kaido Kid-Sonderband war lange Zeit der einzige, der dort auf dem Markt erhältlich war. Und 2009 ist das Ganze dann wieder aufgeflammt mit einem Organisations-Sonderband, den wir in Deutschland als Special Black Edition kennen. Passend zu Film 13, der ja auch von der schwarzen Organisation handelt. Ihr werdet es schon erkannt haben. Es ist immer ein gewisser Filmbezug da. Und auch heute ist es immer noch so, dass jährlich zu einem Film-Release im japanischen Kino, das ist ja jährlich im April bis auf 2020. Das ist ja einmalig ausgefallen wegen der Covid-19-Pandemie. Aber eigentlich ist es immer so, dass jährlich ein Film in den japanischen Kinostart ist im April. Und passend dazu werden auch zahlreiche Sonderbände inzwischen auf den Markt geworfen. Immer passend auch zum Filmthema. Was beispielsweise als der Film 23 rund um Makoto am Start war. Da gab es dann die Black Belt Edition in Japan, die dann einige Zeit später auch nach Deutschland kam. Und jetzt ganz aktuell zu Film 24, glaube ich war es die Family Akai Edition und die, wie hieß der andere Sonderband? Shuichi Akai Edition. Genau, Shuichi Akai und Familie Akai. Wie konnte ich das vergessen? Genau, also der Filmbezug ist immer sehr stark in Japan.